Es war im Mai 1945, schönstes Sommerwetter, herrliche Sonnentage. Von weitem her krollte noch der Krieg. Die sowjetischen Truppen näherten sich nun auch dem Erzgebirge. Die russischen Kriegsgefangenen im Dorf plünderten, rächten sich und vergewaltigten Frauen und Mädchen. Am 8. Mai war nun Kriegsschluss. Keiner wusste, was kommt, keiner wusste, wie es weitergeht. Wir hielten uns die ganze Zeit meist im Wald auf, dort fielten wir uns sicherer. Deutsche Soldaten strebten durch die Wälder, um nach Hause zu kommen. Ein Geschehnis in den ersten Tagen. Wir, mein Bruder und ich, hatten uns weit oberhalb des Ortes in einer Waldlichtung auf einen Felschvorsprung gesetzt und bekamen Folgendes zu sehen. Wir, mein Bruder und ich, hatten wir noch einen Felschvorsprung. Ich habe noch einen Felschvorsprung. Vielen Dank.